Eisern, glänzend, glitzernd. Schmiedeweihnacht Ipsitz. Schmiede aus ganz Europa verzaubern und bringen den Ort zum Blühen. Verführerische Gerüche und Genüsse, immer begleitet vom Rhythmus der Schmiede. Kunsthandwerk aus dem Ipstal in Vollendung mit Vorführungen im Ferrum. Der Welt des Eisens. Einer der stimmungsvollsten Weihnachtsmärkte in Österreich. Flammende Schmiedeweihnacht in Ipsitz, 17. und 18. Dezember.